Auf 90.2, da kann ich Radio Teddy doch nur gratulieren, euer Rolf zu Kopf geht. Dankeschön, liebe Grüße zurück. Und bei uns heißt es natürlich jetzt Elternplatz ran, lasst Teddy an, denn bei uns hört ihr Dinge, die euch eure Kinder noch nicht erzählt haben. Nö, die lieben Kleinen, die plaudern hier bei uns, fleißig über euch Eltern, was sie an euch beobachtet haben, was sie an euch nervt und so weiter. In ein paar Minuten hören wir das. Und davor gibt es natürlich Kinderlieder, so gehört sich das beim Kinderradio für die ganze Familie. Detlef Jörgau, hören wir gleich. Ein erstes Lichtlein brennt, schön weihnachtlich und los geht's mit Graziella Cazac, mit Take on Me und ich denke mal, ihr werdet den Titel erkennen. Na aber hallo, hast du nämlich geklaut von A. Schönen guten Morgen. Radio Teddy, das Kinderradio für die ganze Familie. Ab sofort neu auf der 90.2 in Berlin-Brandenburg. Doch, Spaß macht Schlauch.